Ja, hallo Freunde, ich grüße euch herzlich willkommen auf meinem Kanal. Grüß Gott allesamt miteinander. No coffee, no worky. Ja, extrem geil, dieser Kaffee. Den klemme ich mir wieder mal hier. Irgendwo dazwischen, hoffend, dass nichts passiert, dass nichts anbrennt. Gut, um was geht es heute? Ist eine Art Nachbereitung von meinem Outdoor-Clip. Man hat mir die Frage gestellt, Thomas, erzähl doch mal, was machst du, wenn du mit dem Flugzeug abstürzt, über dem Urwald, bist du irgendwo unterwegs, meine Wegen Südamerika, keine Ahnung, Afrika, Neuseeland, Flugzeug down, geht runter. Was machst du, wie kommst du durch, wie verhältst du dich, von was lebst du, wie überlebst du, wie machst du Survival. Jetzt passt mir die Frage natürlich hervorragend in den Kram, weil zunächst mal, ich war ja selbst zwei Jahre lang in französischer Guyana, wir waren ständig im Busch, von den zwei Jahren war ich 465 Tage im Urwald, zweitens haben wir dieses Thema immer wieder gehabt, wir haben das simuliert. Man hat uns rausgeschmissen in den Urwald, nichts dabei und da mussten wir uns durchschlagen, da mussten wir Survival machen. Also das Thema ist mir so familiär, als wäre es mir auf dem Leib geschrieben oder draufgebrannt mit dem Brenneisen. Drittens habe ich das gleiche schon mal thematisiert und zwar im Buch Survival für Anfänger. Ja, kennt ihr sicherlich schon, ja, legt es mal beiseite. Und dann kommt noch ein vierter Teil dazu. Ich war letztes Jahr, September 23, wieder einmal im französischen Guyana. Ja, nach 38 Jahren zum ersten Mal wieder dort, wo für mich das Spiel Fremdenlegion und Überleben Survival begonnen hat. Ja, und ich habe mich da getroffen mit einmal dem Narzis und zum zweiten mit dem Antonio Lopez. Narzis bei der Fremdenlegion, das ist eine Ikone, ja, eine Legende. Der hat 29 Jahre lang für die Fremdenlegion an der Dschungelkampfschule, ja, Ausbilder und Instruktor gemacht. Ja, 29 Jahre, das muss man sich mal vorstellen. Er heißt eigentlich Narzis de Freitas, ist ein Brasilianer. Nein, er war kein Legonär, aber er fühlte sich wie ein Legonär, weil so war er angenommen, so sprach er, so bewegte er sich und so weiter etc. pp. Also das war, das ist in Sachen Survival in ganz Südamerika, das ist die Größe number one, ja. Um den kommst du nicht rum. Und den habe ich besucht, ich habe mit dem über alles gesprochen, was ich auch heute mal wieder thematisiere. Und dann habe ich mich getroffen mit dem Antonio Lopez. Und Antonio Lopez, ich glaube, ihr kennt den inzwischen, ich habe oft über ihn gesprochen. Er war dreimal im Französisch-Kurianer und er war der beste Survival-Ausbilder, den ich je kennenlernen durfte, jetzt Frankenleonär. Und mit den beiden habe ich mich nochmal ausgetauscht. Und da haben wir eben auch über solche Szenarien gesprochen. Vor allem auch mit dem Antonio Lopez, da habe ich nochmal den Nagel reingehauen, aber richtig tief. Ich habe ihn gefragt, Antonio, was machst du? Überleben draußen im Dschungel, wie geht das? Stell dir vor, Flugzeugabsturz runter, du alleine im Urwald, was machst du? Wie überlebst du? Oder was sind die wichtigsten Faktoren, um draußen zu überleben? Und da kam natürlich Erstaunliches zu Tage, aber wir waren uns alle drei schon ein bisschen einig. No coffee, no worky. Wir beginnen gleich mit dem Thema Flugzeugabsturz im Urwald irgendwo weltweit. Ob jetzt in Südamerika, ob jetzt in Afrika, ob in Neuseeland oder Neu-Junair. Also das ist alles irgendwie ähnlich, eine Ausnahme. Eine Ausnahme und von der Ausnahme spreche ich gleich. No coffee, no worky. Ah, herrlich. Morgenstund hat Gold im Mund. Geiler Kaffee gehört dazu. Gut, ich habe hier ein paar Notizen gemacht. Gut, wir waren uns vor allem einig, Überleben im Urwald, Survival, nach Flugzeugabsturz. Wir waren uns vor allem in einer Sache einig. Das gilt jetzt aber für alle Bereiche, für alle Breiten, gerade überall, egal was dir passiert. Survival. Was sind da die wichtigsten Faktoren? Die wichtigsten Faktoren, das sind nicht die Skills, die man hat oder die Dinge, die man dabei hat oder irgendwie was anderes. Das ist nicht materialbedingt oder Fähigkeit bedingt. Gar nicht. Gar nicht. Wir haben neulich gehört von diesen Kindern, die sich durchgeschlagen haben durch den Urwald. Ich glaube, die waren 30 Tage weg vom Fenster. Die waren 30 Tage abgetaucht in Südamerika. Und die haben das überlebt. Die haben das überlebt. Und das sind nicht gestandene Männer, die sich wirklich irgendwelche Skills angeeignet hätten. Nee, das waren Kinder. Man kann sagen, okay, die sind im Urwald aufgewachsen, groß geworden. Das ist wieder ne andere Sache. Aber es waren Kinder. Also, im Urwald, um zu überleben, da brauchst du nicht diese Mega-Skills. Ganz und gar nicht. Wir haben festgestellt, dass wenn du im Urwald überleben willst, dann brauchst du, das ist zu 85% mental. Ich will, ich kann, ich werde. Alles hier drin. Marschier mit dem Kopf. Das ist ne mentale Sache. Dann kommt 10% reines Glück. Wenn du runtergehst mit dem Flugzeug und du überlebst, hattest du schon mal Glück. Aber wenn du aussteigst und wirst von der Schlange gebissen, was nicht in allen Ländern der Fall sein kann, ich komme noch drauf, wirst von der Schlange gebissen aus dem Maus in der Gelände. Also, wenn du kein Glück hast, ach, scheiße irgendwie. Und dann der Rest, die Restprozente sind, was bleibt übrig, 5%. Jetzt kommt es auf deine Fähigkeiten drauf an, die Skills und die Sachen, die du eben dabei hast. Also nochmal im Resümee, 85% Wille, eiserner Wille, 10% Glück und 5% ganz einfach. Okay, ich habe was gelernt, ich habe Skills, ich habe Fähigkeiten, ich schlafe mich da durch. Gut, jetzt gehen wir mal meine Liste durch. Ich habe mir da eine Liste gemacht und schauen wir mal ganz spezifisch rein. Flugzeugabsturz in, keine Ahnung, irgendwo in einem Urwald, weltweit. Ja, man sollte da zwei Aspekte beachten, das ist ganz wichtig. Zunächst mal der, ich bin ja ein alter Militär, da gibt es einen militärischen Teil. Das ist dann, das bezieht sich dann auf das Durchschlagen und auf die Sicherheit, würde ich sagen. Und dann der Teil Survival, wo der Unterschied liegt, da weiß ich jeweils drauf hin. Ja, ganz klar. Fangen wir mal an. Zunächst, wenn du einen Flugzeugabsturz überlebt hast, du hockst drin im Flieger. Der Flieger ist nicht explodiert, sonst würde es dir nicht mehr am Leben sein. Das erste, was du magst, das allererste, was du magst, rauskriechen, rauskrabbeln aus dem Ding und weggehen. Mindestens 200 Meter. Warum? Die Sache ist so, das Flugzeug könnte noch explodieren. Es bestimmt irgendwo eine Rauchentwicklung, es raucht, es qualmt. Das Flugzeug ist vielleicht vollgetankt, explodiert ist es noch nicht, sonst hättest du es nicht überlebt bis dato oder bis dahin. Also, erst mal 200 Meter weggehen und schauen, was passiert, damit du, falls das Flugzeug explodiert, in Sicherheit bist. Dort, wo du jetzt bist, 200 Meter weg vom Wrack, da machst du folgendes. Du untersuchst deinen Körper, du schaust, ob du nicht verletzt bist, weil du bist irgendwie unter Schock. Und wenn du verletzt bist, das kriegst du gar nicht mit. Ich war da oft drin, du kriegst das nicht mit, dass du verletzt bist. Du bist so folgepumpt mit Adrenalin. Erst mal runterkommen, überlegen, was ist mir denn da passiert. Richtig runterkommen. Nicht aufstehen, hinlegen, hinsetzen, runterkommen, überlegen, was ist gerade passiert, wo bin ich überhaupt. Und dann check dein Body, ob du irgendwie verwundet bist, verletzt bist oder sonst was. Ganz wichtig. Aber zunächst mal wegbleiben vom Flugzeugwrack, nicht hingehen. Es könnte explodieren. Das ist die große Gefahr. Das nächste ist, wenn du jetzt eine gewisse Zeit lang gewartet hast. Ich gehe mal davon aus, so eine Stunde, ich würde eine Stunde warten. Wenn nach einer Stunde nichts passiert ist, da gab es keinen großen Rumpf, ist nichts explodiert, dann gehst du hin zum Wrack, zum Flugzeugwrack. Du suchst zunächst mal, gab es weitere Überlebende oder bin ich der alleinige Überlebende. Kann sein, dass es noch Leute gibt, die deine Hilfe brauchen, dann gehst du hin und hilfst. Das zweite ist, du suchst im Flugzeugwrack nach Dingen, die du benötigst zum Überleben. Urwald ist Urwald. Urwald ist Feindesland. Und da zu überleben, besonders zum Beispiel in Südamerika, in Neuguinea, in Afrika, das ist kein Selbstläufer. Ich habe vorhin von den drei Komponenten gesprochen, aber ein bisschen brauchst du schon. Also, hin zum Flugzeugwrack, schauen, hat es jemand überlebt, bin ich alleine. Dann gucken, was kann ich da noch mitnehmen. Vielleicht Kommunikationsmittel, ganz wichtig. Vielleicht Nahrung, vielleicht irgendwelche Dinge, die ich brauche, um mich vor den Witterungen zu schützen. Ich spreche jetzt hier von Ausrüstung, Equipment, Messer, was weiß ich, Tod und Teufel, Erste-Hilfe-Set und so weiter. Also, alles, was du finden kannst, was du denkst, was dir nützlich ist, auf deinem Weg oder auf deiner stationären Angelegenheit, also, komm gleich nochmal drauf, mitnehmen. Ja? Mitnehmen. Und dann gehst du wieder weg vom Flugzeug und dann machst du mal eine Bilanz. Dann breitest du alles am Boden aus, was du gefunden hast oder was du an dir hast. Alles zusammen machen in die Mitte und dann gehst du die Sachen durch. Ich habe das, ich habe das, ich habe das, ich habe das, ich habe das. Gut, so sind also meine, das sind also meine Überlebensdinge, die ich brauche, meine Tools, die mir zur Verfügung stehen, ja? Vielleicht auch ein Feuerzeug dabei, vielleicht Streichhölzer dabei, etwas zu essen dabei, keine Ahnung, Wasserflaschen dabei, ein alter Regenmantel dabei, paar Schuhe dabei, alles, was du eben finden konntest, ja? Und jetzt machst du eine Bilanz, ja? Machst du eine Bilanz, das habe ich, das steht mir zur Verfügung, damit ich hier sauber wieder rauskomme aus diesem Urwald, ja? Also, das ist mal das Erste, was du machst, das Allererste, was du machst. Gut. Das nächste Ding ist folgendes, und jetzt nimmt mich bitte beim Wort. Du bleibst 48 Stunden, mindestens 48 Stunden vor Ort. Das ist ganz wichtig. Warum bleibst du vor Ort? Weil das Flugzeug ist runtergeschmiert vom Himmel, ja? Die Rettungskräfte, die Rettungsteams, die werden die Stelle absuchen, wo das Flugzeug runter ist. Die werden da ankommen, die werden drüberfliegen, die werden vielleicht landen mit dem Hubschrauber, aber sie werden an der Stelle suchen, wo das Ding runter ist. 48 Stunden vor Ort bleiben. Das ist ein Muss. Geh zunächst nicht weg. Vielleicht auch 72 Stunden. Das ist aber das äußerste Limit. Diese 48 Stunden oder 72 Stunden, die du dort bist vor Ort, schlaf nicht auf dem Boden. Schlaf nicht auf dem Boden, sondern krabbel irgendwo einen Baum hoch, ja? Und klemm dich irgendwo in eine Assgabel nachts, wenn du pennst, ja? Und deck dich irgendwie zu, ja? Binde dich vielleicht sogar am Baum fest, aber schlaf nicht am Boden. Warum? Am Boden ist es gefährlich. Am Boden ist es gefährlich. Und warum ist es gefährlich? Das ist einfach Pfeilgiftfrösche, giftige Skorpione, giftige Spinnen und vor allem diese Giftschlangen. Ja, fast alle Giftschlangen, denen ich begegne, bin, die sind nocturne. Die sind nachts unterwegs. Und wenn du nachts am Boden puffst, aus die Mause in das Gelände. Also hoch auf dem Baum, dort festbinden, irgendwie zudecken mit den Dingen, die du gefunden hast, wo da die Gams aus Kurs gewählt. Frühmorgens kannst du wieder runter und dann kannst du dein Leben leben, ja? Dein Survival-Leben leben mit der Situation. Also, du bleibst zunächst vor Ort 48 Stunden, 72 Stunden, aber keinen Tag länger. Warum keinen Tag länger? Zwei Faktoren. Zunächst mal gibt es Banden. Das sind Kriminelle. Die sind im Urwald tätig. In Französisch, Guiana waren zum Beispiel Garimperos. Das sind illegale Goldgräber, ja? Und wenn die mitgekriegt haben, dass da ein Flugzeug runter ist, die werden nach dem Ding suchen. Die werden versuchen, hier einen Profit rauszuschlagen. Die werden versuchen, aus diesem Flugzeugwrack Dinge zu klauen. Und Menschen, die sie Leben finden, die werden sie töten, die werden sie umbringen, ja? Wenn du länger dort bleibst, vermindest du deine Chance, dass du am Leben bleibst. Und diese Garimperos, die zögern keine Sekunde, dir das Ding rauszumachen. That's the point. Also, 48 Stunden vor Ort bleiben, 72 Stunden höchstens. Warten, bis vielleicht ein Rescue-Team kommt, aber dann nicht länger dort bleiben. Und wer länger dort bleibt, der hat von Survival keine Ahnung. Oder der kann sich nicht reinversetzen in die Realität. Du darfst nicht länger als 72 Stunden vor Ort bleiben. Weil dann einst die Suchteams ihre Suche woanders verlagert haben, ja? Die kommen dann nicht mehr. Nach 72 Stunden, da kommt keiner mehr. Da holt dich keiner mehr raus. Die haben dann vielleicht nicht mitgekriegt, wo das Flugzeug exakt runter ist. Die suchen ganz woanders. Und die kommen nicht mehr. Da holt dich wirklich keiner mehr raus. Und der zweite Faktor ist, wenn es da irgendwelche Bad Boys gibt, die mitgekriegt haben, wo das Ding runter ist. Die kommen. Die kommen dich suchen. Und die werden dich finden, ja? Und dann hast du im Urwald null Chance zu überleben. Das ist ein Muss. Du bleibst vor Ort eine gewisse Zeit, aber danach, Zeit abgelaufen. Da musst du weg vom Flugzeugwrack. Und vor allem ist es so, wenn du dich dann durchschlagen möchtest. Wenn du sagst, okay, jetzt, nach dieser Wartezeit, möchte ich mich durchschlagen. Wie man das macht, da komme ich gleich nochmal drauf. Ist es so, dass du nach zwei Tagen, da bist du noch nicht. Da bist du noch nicht so hungrig. Da hast du noch Kraft. Da hast du noch Saft. Da hast du noch Energie. Je länger du aber vor Ort bleibst, desto mehr und schneller schwindet deine Restenergie, die du noch hast, um dich vielleicht sauber und bravourös durchzuschlagen durch den Urwald. That's the point. Also, nach zwei Tagen, diese Richtung, wie ich zeige, abhauen. That's the point. Ein ganz wichtiger Faktor. Jetzt trinkt man einen Schluck Kaffee und dann geht's weiter. Ich habe es gestern in meinem Outdoor-Clip gesagt. Ich wiederhole es auch ständig. Wenn du irgendwie survivalmäßig unterwegs bist, da gibt es drei Faktoren, die essentiell sind. Die jetzt mal der Reihe nach. Das erste ist Wärme. Das zweite ist Wasser. Das dritte ist Nahrung. Das sind die drei Dinge, die du unbedingt haben musst. Wärme im Dschungelfeld weg. Du brauchst im Urwald kein Feuer machen. Das ist das Unwichtigste, was es gibt. Du hast da im Urwald, ob du jetzt in Neu-Guinea bist, ob du in Südamerika bist, ob du in Afrika bist oder auch in Neuseeland, du hast da eine konstante Wärme zu fast allen Jahreszeiten von mindestens 25 Grad. Also, wer damit seine Kräfte verplempert, Feuer zu machen, dem ist nicht mehr zu helfen. Das ist, du kannst das machen, aber es ist vergebene Liebesmühe. Du brauchst das nicht. Konzentrier deine Energie woanders. Konzentrier deine Energie auf die anderen Dinge, die viel wichtiger sind als irgendein Feuer. Also, Feuer machen, bitte nicht. Geh weg von dieser Idee. Du brauchst das nicht im Urwald. Wasser finden im Urwald, das ist einfach. Da gibt es zunächst mal diese Lianen. Diese Lianen, die oben runterhängen von der Kanopä. Kanopä, das ist oben die Baumplatte, ja. Diese Space, wo die ganzen Tiere leben. Das nennt man die Kanopä. Mir fällt das deutsche Wort gerade nicht ein. Und von dieser Kanopä, da wachsen Lianen runter. Die sind teilweise so dick wie Arme, wie kräftige Arme. Und diese Lianen, die schneidest du durch und da kommt Wasser raus. Das kann man trinken. Das schmeckt ein bisschen bitter, aber es ist ein hervorragendes Trinken. Trinkwasser. Habe ich auch gemacht, wie ich damals mit Narzis im Urwald war. Das habe ich vor 38 Jahren schon gemacht. Das geht immer. Das zweite ist Bambus. Wenn du Bambus findest, und das findest du überall im Urwald. Bambus, mal ranklopfen, in den Bambusstangen ist Wasser drin. That's the point. Das ist Nummer zwei. Danach kommt der Baum der Reisenden. Larb der Voyager. Das ist so eine Palme, die wächst so fächerförmig auseinander. Dann nimmst du ein Messer, bohrst in Kopfhöhe rein, drehst einmal rum und dann kommt da Wasser raus. Mund dagegen pressen. Hurra, die ganze Haus kostet die Welt. Schmeckt bitter. Ziemlich bitter. Also bitter als das von der Liane. Noch bitterer als das von dem Bambus. Aber es ist hervorragendes Trinkwasser. So viel zu Wasser. Von all diesen drei genannten Dingen brauchst du das Wasser nicht mehr behandeln, kochen oder filtern. Das kannst du so trinken. Du hast natürlich dann auch Kriegs, Bäche, Flüsse, kleine Seen. Und da würde ich das Wasser filtern. Und zwar auf die Art und Weise, wie ich es gestern schon gezeigt habe. Also ein bisschen weggehen, landeinwärts, Loch graben, Wasser reinzickern lassen. Und du kannst das Wasser trinken. That's the point. Und das dritte, der dritte Faktor im Urwald, um zu überleben, das wäre dann Nahrung. Aber die Nahrung, das was du essen kannst, ist nicht so wichtig. Du kannst tagelang ohne Nahrung auskommen, aber es wäre schön, wenn du etwas hast. Gut, im Urwald. Was bietet sich im Urwald an, was man essen kann? Zunächst mal Früchte, Obst. Es wächst ja überall, überall hast du Früchte und Obst im Urwald. Du musst die Affen beobachten. Alles, was die Affen essen, kannst auch du essen. That's the point. Also, hock dich hin, hör, wo sind Affen? Manchmal gibt es Brüllaffen, Makaken und ich erspare mir den Rest. Und was die Affen essen und dann runterschmeißen, den Rest, die schmeißen dir manchmal auf den Kopf drauf. Das kannst du auch essen. Also, alles, was von Affen gegessen wird, kannst du essen. Diese Früchte kann man essen. Das zweite ist Schlangen. Schlangen gibt es in den genannten Ländern, eine Ausnahme, sehr, 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 sehr viele. Und auch Giftschlangen kann man essen. Ich habe es neulich mit Lopez wieder gehabt, er hat mir gezeigt, wie er die Schlangen mit der Hand fängt. Das haben wir vor 38 Jahren schon gemacht. Das ist einfach eindrucksvoll. Schlangen, das musst du wissen, die sind nachts unterwegs. Und wenn du nachts rumgehst mit deiner Frontallampe oder mit deiner Taschenlampe, wirst du schon eine gefunden haben im Flugzeugwrack, eine Taschenlampe, und du gehst da nachts spazieren, da findest du, alle 20 Meter stößt du auf eine Schlange. Und diese Schlange zu fangen, das ist einfach. Wir haben es gelernt, wie es geht mit den Händen. Dazu würde ich dir aber nicht raten, wenn es nämlich ein Buschmeister ist, eine Klapperschlange, es gibt Klapperschlangen im Urwald, ja, auch in Südamerika, oder eine Lanzenotter, eine Ferdelance, oder eine Korallenschlange, wenn die dich beißt aus dem Maus in der Gelände, dann sind die 10% von deinem Glückpensum ausgelaufen, abgelaufen. Dann bleibst du dort und wirst diesen Boden mit deinem Komposthaufen nochmal richtig düngen. Ja, du kommst da nicht mehr weg, wenn du im Urwald von einer Schlange gebissen wirst, Ende Gelände. Also, Schlangen, die bieten ein unwahrscheinlich dichtes und großes Reservoir, was du essen kannst. Ja, und Schlangen, das ist auch die größte Gefahr im Urwald, das musst du wissen. Schlangen, Giftschlangen im Urwald, das ist deine größte Challenge. Du hast natürlich auch noch andere Dinge, zum Beispiel diese Maden, diese dicken, fetten Maden. Ich spreche von einem Verde Palmier. Verde Palmier, das heißt Palmenwurm. Da gibt es diese Wasabi-Palme. Da kletterst du hoch, 4-5 Meter Höhe, oben die Krone briggst du auseinander, rein mit dem Arm, und dann holst du diese Verde Palmier raus, sehr zahlreich. Die sind so dick wie ein Daumen, die sind weiß, haben ein schwarzes Köpfchen, Kopf abdrehen und diese Maden auslutschen. Hervorragende Eiweißbänder. Also du hast wie gesagt diesen Verde Palmier, diesen Palmenwurm, Ekelfaktor garantiert, wenn du den wie wir damals lebendig essen musst. Du hast Bambussprossen kann man essen, easy going, und du hast Palmenherzen, auch von der Wasabi-Palme. Jetzt kommen wir mal zurück zu den Schlangen. Die Schlangen kann man essen, alle Giftschlangen kannst du essen, auch alle Würgeschlangen kannst du essen. Anaconda schmeckt sehr fein, habe ich gegessen, Klapperschlange, alles probiert. Du kannst diese Schlangen essen. Die Schlangen sind aber auch das Gefährlichste, was es gibt in diesen Breiten. Das ist dein biggest enemy. Giftschlangen und auch Würgeschlangen sind deine größte Challenge im Urwald. Das ist das Salz in der Suppe. Wie überlebe ich mit dieser wahnsinnig großen und reichen Giftschlangenpopulation in all diesen Ländern, die ich gerade genannt habe? Das ist eine Herausforderung. Skorpion ist okay, ist gefährlich, vor allem die kleinen Schwarzen. Stachelrochen, okay, ist gefährlich, kein Thema. Pfeilgiftfrösche, nicht anfassen, sind gefährlich. Also Rot, Orange, Gelb, wahnsinnig brutal die Dinger. Ich habe, glaube ich, alle Gefahren genannt. Gibt noch einige, zum Beispiel Jaguar. Jaguar in Südamerika, auch wahnsinnig gefährlich. Wenn man weiß, wie man damit umgehen kann, vielleicht nicht, aber es ist gefährlich. Sie greifen Menschen manchmal an, dann meist von hinten, töten denen durch Kopf, die beißen wirklich rein in den Kopf. Aber für mich das gefährlichste, die größte Challenge im Urwald, das ist und bleiben diese Schlangen. Vor allem die Giftschlangen. Wenn du jetzt natürlich zum Beispiel sagst, okay, ich lasse mein Flugzeug abstürzen in Neuseeland, dann hast du damit nichts am Hut. Denn wenn du jetzt ein Mann bist und du machst einen auf Survival und du hast Angst vor Schlangen, naja, dann geh nach Neuseeland. Warum nach Neuseeland? Weil es in ganz Neuseeland keine einzige Schlangen gibt. In Neuseeland ist schon Land, ist auch Urwald, gibt es auch Dschungel, aber es gibt dort nichts, was dir gefährlich werden könnte. Es gibt dort keine Schlangen und zwar gar keine Schlangen, auch keine Giftschlangen, auch keine Würgeschlangen. Es gibt dort keine giftigen Spinnen. Es gibt in Neuseeland keine Baumsteigerfrösche, keine Stachelrochen. Nein, es gibt auch keine Krokodile. Neuseeland, das ist wie ein Spaziergang in heimischen Garten. Also, nochmal, Neuseeland, das einzige Land, das ich genannt habe, wo du diese Gefahrenpunkte, diese Challenges alle nicht hast, weil es dort nichts gibt, was den Menschen eigentlich, ich spreche jetzt von Tierwelten, gefährlich werden kann. That's the point.